Ich glaube zwar nicht, dass ich da rankomme, aber ich muss es versuchen, ich muss. Das ist viel zu hoch. Nein, nein, nein. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich schaffe das schon. Halt, Baumstamm. Halt, halt, halt. Ich falle gar nicht runter, ich laufe. Los, Baumstamm, los, los, los. Tapsi, glaubst du wirklich, dass drei Hörner alles machen können, was sie wollen? Ja, selbstverständlich, Zera. Na, 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 Tapsi. Kackersage, Kugelchen. Naja, wenigstens einer glaubt mir hier. Ich wünschte, es wäre wahr. Aber es ist wahr, Zera. Seht mal her, Freunde, ich hab einen neuen Trick. Ich nenne es Baumstammlaufen. Wenn ihr genau aufpasst, dann könnt ihr das auch. Zuerst müsst ihr raufklettern. Das ist ganz schön schwierig. Dann steht ihr auf. Das ist noch viel, viel schwieriger. Und nicht runterfallen. Das ist das Schwierigste von Ganzen. Und jetzt fangt ihr an zu laufen. Immer schneller und schneller. Je schneller, desto besser. Jetzt bin ich so schnell wie der Wind. Das macht Spaß. Jap, jap, jap. Oh ja, das müssen wir auch versuchen. Baumstammlaufen wird euch Spaß machen. Jap, jap, jap. Und man kann es ganz leicht lernen. Ich zeige euch gern, wie es geht. Oh ja. Hey, ich versuche es jetzt mal, Ducky. Ist nicht so schlimm, wenn ich nass werde. Macht Platz. Ich will es auch versuchen. Los, komm ins Wasser, Petri. Petri, nicht ganz sicher. Liddlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Vierbeiner wie wir können die Beine beim Laufen nicht so dicht zusammensetzen. Aber wir sehen uns das gerne an. Alles klar. Auf ihn mit Gebrüll. Das hat Spaß gemacht. Zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderlach. Los, komm, Petri. Du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Jumper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja. Mir kann fliegen. Also schön. Mir versucht mal. Mir geht auf. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Jumper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Üb doch alle einfach noch ein bisschen. Wenn ihr so weit seid, dann machen wir ein Spiel und sehen, wer der beste Baumstammläufer ist. Dieses Spiel wird Spaß machen. Vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Man soll die Schlüpflinge nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Ganz genau. Weil mir gewinnen wird. Ganz klar. Oh nein, nein, nein. Ich werde gewinnen. Wenn ich mal wieder auf meinen Baumstamm rauf könnte. Hallo, Leute. Was ist das für ein Spiel? Das große Baumstammrennen. Chomper, Ruby, Petri und Ducky wollen sehen, wer am längsten auf dem Baumstamm laufen kann. Hey, ihr macht das toll. Das ist ein Spiel für Zweibeiner, nicht für Vierbeiner wie uns. Dieses Baumstammrennen sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Drei Hörner können alles besser als alle anderen, egal ob Zweibeiner oder Vierbeiner. Das steht felsenfest. Ich zeig's euch. Geht beiseite, Zweibeiner. Ich werde euch mal zeigen, wie ein wahrer Meister das macht. Oh, mein Knöchel. Oh je. Sarah, was ist passiert? Oh, gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Ja. Na schön, dann erzähl mal, warum humpelst du, Zera? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Hier, das wird die Schmerzen, Linde. Tritia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn's dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Guck, erhoben das, Zera. Guck, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. Das macht Riesenspaß. Oh ja, und wie. Mir möchte auch viel Spaß haben. Jetzt Beeilung und einer runterfällt. Hm. Wir brauchen noch einen Baumstamm, Petri. Los, komm schon, Spikey. Was meinst du, Spikey? Kannst du einen umhauen? Mhm. Wow, das hast du toll gemacht. Super, und jetzt schnell zurück. Der ist für dich, Petri. Danke, Freunde. Du und Spikey, ihr müsst das unbedingt auch mal probieren, Littlefoot. Das wird euch gefallen. Oh nein, das kannst du knicken. Du hast ja gesehen, was mit Zera passiert ist. So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit Links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? So was kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen. Was macht dir Sorgen, hä? Oh, äh, gar nichts, Tapsi. Zera hat sich vorhin nur ihren Knöchel an der Wasserstelle verstaucht, aber jetzt ist wohl alles wieder gut. Ja, sieht ganz so aus. Ein verstauchter Knöchel kann doch ein Dreihornmädchen nicht umhauen. Papa hat recht, Tria. Ich fühl mich super. Ich muss zum Wasser zurück und mit dem Baumstamm üben. Ich will doch das Spiel gewinnen. Baumstamm? Spiel? Was soll denn das heißen? Meine Freunde machen einen Baumstammlaufwettkampf. Und ich möchte ihn gewinnen. Was genau ist denn Baumstammlaufen? Naja, man wirft einen Baumstamm ins Wasser, klettert drauf und läuft. Und dadurch dreht sich der Baumstamm unter dir. Es ist ganz leicht. Warum solltest du so etwas Verrücktes machen? Um zu beweisen, dass Dreihörner alles können, was sie sich vorgenommen haben. Und dass sie in allem die Besten sind. Das hast du mir doch gesagt, Tapsi. Ich, äh, natürlich können Dreihörner alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Aller, 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 allerdings setzen sie sich nicht in den Kopf, auf Baumstämmen herumzulaufen. Aber, Papsi, davon hast du nichts gesagt. Du hast gesagt, Dreihörner können alles schon vergessen? Ja, aber das nicht. Schlag dir dieses verrückte Spiel aus dem Kopf, Zera. Manche Dinge gehen eben einfach nicht. Jetzt gibt es nur eins für mich. Ich muss allen beweisen, dass ich dieses Baumstammrennen gewinnen kann. So, ich denke, ihr seid soweit. Wir starten den großen Wettbewerb im Baumstammlaufen. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Ich habe es fertig. Ducky, Ruby und Chomper machen das supergut. Das könnte eine Weile dauern. Halt! Anglick! Sofort aufhören! Ich bin die Einzige, die noch oben ist. Hab ich etwa gewonnen? Ja, Ducky, du hast... Immer langsam mit den jungen Dinos. Ihr habt ohne mich angefangen. Das ist gemein. Das zählt nicht, weil ich auch mitmachen will. Was ist denn mit deinen Knöchelzehrer? Du solltest nicht... Mir geht es bestens. Wo ist mein Baumstamm? Kein Problem. Ich hole mir einen. Ducky nicht gewinnt. Naja, irgendwie schon. Und wiederum nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel, den werde ich zeigen. Drei Hörner können... Alles, was wir sich in den Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesen blöden Baumstamm drauf? Wow! Pass auf, Zera. Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran. Ich krieg das schon hin. Immerhin bin ich ein Dreihorn. Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser. Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen. Juhu, alles klar. Erdwende und ab geht die wilde Fahrt. Passt auf! Nicht, dass wir euch auch noch retten müssen. Die Baumstammläufer! Rettungstruppe eilen zur Hilfe! Littlefoot, mir helft auch! Na schön, Pidri. Du passt von oben auf Zera auf! Tria, hast du Zera gesehen? Nein, Schatz. Tja, dann werd ich mal nach ihr suchen. Wenn sie zur Wasserstelle gegangen ist, um dieses verrückte Spiel zu spielen, obwohl ich's ihr verboten hab, dann werd ich... Weiß, Tapsi, ich weiß, dann wirst du ziemlich sauer. Aber denk dran, Schatz, du warst auch einmal jung. Warst ich? Hm. Hm. Ruby! Chomper, Ducky! Könnt ihr euch nicht beeilen? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller. Ja! Vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein. Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt! Zera! Hilfe! 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 Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Hilfe! 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 Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Hilfe! 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 Wir beide helfen Ihnen! Also schön, Jungs. Versuchen wir's alle drei zusammen. Schneller Zera gleich hier! Schneller Zera gleich hier! Das war in letzter Sekunde! 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 Ich bin froh? dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Cera. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht. Cera hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Das kann ja nun wirklich nicht jeder. Untertitelung des ZDF, 2020